Guten Tag Herr Fischer! Hallo Julia, wie geht's? Gut, danke schön. Auf Wiedersehen! Tschüss! Das ist meine neue Schule. Sie ist toll und ich habe viele neue Freunde hier. Ja, läuft soweit. Hi! Hi Julia, wie geht's dir? Hi Florian, hi Lukas. Hallo. Hi Leute. Hallo Sarah. Wie geht's? Hallo. Uns geht's gut soweit, wie geht's dir? Ich bin so müde. Das ist Sarah. Sie ist 15 Jahre alt und ist aus Dresden. Das ist Lukas. Er ist 16 Jahre alt und ist auch aus Dresden. Das ist Florian. Er ist 16 Jahre alt und ist aus Moritzburg. Achtung Freunde, wir haben jetzt schon 8.03 Uhr. Die Schule geht aus. German Language for Big Beginners. A1 Level, Lesson 1. Basics German Greetings and Phrases. Let's begin! Hallo. Hello. Guten Morgen. Good morning. Guten Tag. Good day. Guten Abend. Good evening. Guten Nacht. Good night. Auf Wiedersehen. Goodbye. Formal. Bis bald. See you soon. Bis später. See you later. Danke schön. Thank you. And Schildigung. Excuse me. Estutme lied. I'm sorry. Bitte. Please. Guten Appetit. Eat well. Choose. Bye. Bye. Most commonly used basic German phrases. Formal form. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? How are you? Mir geht es gut, danke. Mir geht es gut, danke. I'm good. Thank you. Mir geht es nicht gut. Mir geht es nicht gut. I'm not good. Wie geht es Ihnen? What is your name? Ich heiße Sarah. My name is Sarah. Wie alt sind Sie? How old are you? Ich bin dreisek Jahre alt. I am 30 years old. Wie geht es Ihnen? Where are you come from? Ich komme aus den Philippinen. I come from the Philippines. Let's review the greetings and phrases. Try to choose the corresponding answer at the right side. So let's begin. Hello. Guten Abend. Guten Tag. Guten Appetit. Danke schön. And the answers are... Great job. So let's try now the basic German phrases. Please repeat after me. Wie geht es Ihnen? 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 I'm good. Thank you. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? What is your name? Ich heiße Sarah. Ich heiße Sarah. I am Sarah. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? How old are you? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Where are you come from? Ich komme aus den Philippinen. Ich komme aus den Philippinen. I come from the Philippines. Prima. So now you finished. And congratulations. You have learned the basic greetings and phrases. How old are you? What are you coming from? Vielen Dank.